Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Flachantennen. Das High-End-Produkt in unserem Flachantenne-Test geht an die SelfSat H30 II. Die neue SelfSat H30 II Plus Flachantenne von SelfSat verfügt über eine kleine, kompakte und unauffällige Bauweise und ist schnell und einfach zu montieren. Sie ist gegenüber ihren Vorgängermodellen noch flacher und empfangsstärker. Die SelfSat H30 II Plus lässt sich problemlos transportieren und ist jederzeit schnell und einfach auf- und abgebaut. Darum ist sie nicht nur die perfekte Antenne für den Aufbau an einem Ort, wo eine SAT-Anlage normalerweise verboten ist, sondern auch die ideale Antenne für Urlaub und Camping. Schnell und einfach an- und abmontierbar. Ideal für den mobilen Einsatz geeignet. Mobil und universell einsetzbar. Mit vormontiertem LNB. Einfach zu installieren mit verschiedenen Montagemöglichkeiten. Für alle Q-Band-Satelliten geeignet. Für Astra, Hotbird, Eutelsat und Türksat nicht alle Sender geeignet. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die SelfSat H30 die erste. SelfSat H30 die Flachantenne mit integriertem Single LNB. Schnell und einfach an- und abmontiert, mobil und universell einsetzbar. Polarisation, Dual Linear, für Astra, Hotbird, Eutelsat geeignet. Empfangsleistung 33 dBi bei 12,75 Gigahertz, Signalgewinn 33,7 dBi bei 12,75 Gigahertz. Lieferumfang Antenne mit integrierten Single LNB, Masthalterung mit Befestigungsschelle, Wandhalterung, Standfuß, Kompass, Aufbauanleitung, Schraubensatz. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Flachantenne-Test ist die Premium X4 43. Premium X4 43 Flachsatellitenantenne mit Single LNB zum Anschluss an einen Receiver oder TV-Gerät. Die Antenne ist mit 43 cm sehr klein, aber dennoch leistungsstark. Empfangen Sie Astra, Hotbird oder andere Satelliten. Einfach am Mast auf dem Dach oder Balkon, an der Wand am Fenster oder auf dem Standfuß montieren und ausrichten. Die digitale Mini-Sat-Antenne mit ein Fach LNC unterstützt zudem alle gängigen Formate wie 4K UHD, Ultra HD, Full HD und bietet eine gute Frequenzstabilität. Wetterfest und UV-beständig ist die kleine flache Antenne auch und daher bestens für Camping- oder Wohnmobile geeignet, Mobile Satellitenanlage. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.